Das ist Marie. Marie hat ein Schuhgeschäft und dafür will sie werben. Dies tut sie folgendermaßen. Hier präsentieren wir den neuen Mikey Air Force One. Dieser ist mindestens 10 mal besser als der Schuh von Abibas und besser als alle anderen Produkte von Elita. Außerdem ist der Schuh von Abibas viel zu teuer. Kommt zu mir und kauft den Mikey Air Force One. Das ist unlautere, vergleichende Werbung und diese ist verboten. Sei klüger als Marie. Werbung darf Mitbewerbern nicht schädigen, ausnutzen oder beeinträchtigen. Des Weiteren darf man vergleichende Werbung nur dann veröffentlichen, wenn sich Bedarf und Zweckbestimmung der vergleichenden Partei decken. Das heißt, du darfst zum Beispiel Nike mit Adidas vergleichen, aber nicht Adidas mit Milka. Aber Marie hat Glück. Denn sie hat eine große Schwester, die in der Schule erst vor kurzem gelernt hat, wie man Werbung machen muss, damit man keine Probleme, sondern mehr Kunden hat. Gemeinsam erstellen sie eine neue Werbung. Das ist der neue Mikey Air Force One. Er ist wetterfest, hat einen unschlagbaren Preis und das Beste, er ist orthopädisch getestet. Jetzt kann Marie stolz auf sich sein. Doch was wäre eigentlich passiert, wenn Maries große Schwester nicht eingegriffen hätte? Konsequenzen von unlauter, vergleichender Werbung können sein, Schadensersatzzahlung, Gewinnabschöpfung oder auch Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch der geschädigten Firma. Ja. 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 Ja.